Stell dir vor, etwas wäre so unverzichtbar, dass du es keinen Tag missen möchtest. Einen Ort, ohne den du dir dein Leben nicht vorstellen kannst. Du verbindest unzählige Rituale und intime Erlebnisse mit diesem Ort. Hier fühlst du dich wohl. Hier willst du sein. In deinem Bad. Lass dich von uns mitnehmen auf die Reise zu deinem Traumbad. Bei uns hast du die Möglichkeit auch in jedes Bad virtuell einzutauchen. Für die beste Vorstellungskraft. Gemeinsam erstellen wir einen Grundriss deines Raums und suchen die beste Option für dich. Aus über 200 digitalen Bädern finden wir deinen Stil heraus. Überzeuge dich von über 900 Badprodukten. Spüre die Qualität. Fühle die Materialien. Erlebe die Vielfalt. Finde dein Bad. Mit unserem Möbelkonfigurator erstellen wir gemeinsam maßgeschneiderte Möbel individuell auf dich und dein Zuhause zugeschnitten. Nun steht deinem Traumbad nichts mehr im Wege. Bei der Planung und Umsetzung arbeiten wir eng mit deinem Sanitärfachhandwerker zusammen. Vereinbare jetzt einen Termin für deine persönliche Badberatung bei uns in Nördlingen. Eisenfischer. Die Ausstellung der 1000 Ideen.